so da habe ich mal ein schickes gelände gängiges auto von seiner wüsten gang erobert man das sieht ja wohl richtig gut aus mit bewaffnung vorne hinten an den seiten und so und mit selbst suchenden zieleinrichtung und finde ich schon cool guck ich mir jetzt mal ein bisschen näher an man sieht ja schon mal ganz gut aus gut dass ich den führerschein habe da ich ja ein tank bin es ist so richtig mein auto noch mal richtig cool mal gucken wir uns einsetzen so was mal die perspektive noch mal ein bisschen umschauen das kommt ja schon mal gut waffen und waffen waffen ziehen so kann ich aber schlecht fahren also kamera wechseln ne jetzt mal genau na das kommt ja schon mal gut ha mein scharfe tungewehr mein maschinenpistole und mein katana für den nahkampf so klar so 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 Vielen Dank.